am anfang suchte tot den krähenvater doch was er fand war weit mehr ein geheimnis längst vergessen ein weg zu einer anderen welt na egal jo leute was geht da bin ich wieder wir dürfen jetzt erst mal den sound ein bisschen minimal hochstellen und wir setzen unsere reise fort und sehen level what the fuck wie viele waffen habe ich schon bekommen so wir haben jede menge äxte ich nehme aber wieder ein faustschild hat sich beim letzten mal gar nicht so außerdem was vielleicht auch noch dazu sagen sollte ist dass ich dazu blöd da ich kann noch eins weiter machen und verbessere erst mal den nekromant wieder so bin jetzt hier stehen geblieben ja das ganze gefällt mir doch schon mal viel besser so wir werden uns hier immer noch ein bisschen arg durch prügeln aber verzeiht mir das mal nicht ich jetzt nämlich keinen bock mehr auf schlägereien habt so ich muss jetzt erst mal schauen wo die okay ich glaube ich muss zurück in die entgegengesetzte richtung einfach nur weil ich diesen tempel vom letzten mal nochmal machen will warum weil ich mir erst in den kopf gesetzt habe leute außerdem gab es auch so noch ein paar tempel und co die ich noch nicht gemacht habe und wir fangen einfach mal bei dem hier an weil der am nächsten ist so was müssen wir hier machen und wie sonst ist ja ich weiß immer noch nicht wieso ich genau grad auf nehme ich sollte jetzt eigentlich lernen oder zeichnen so dank der erste ich da auch mal hochhang ist und danke tot dass du mal wieder zu blöd zum springen bist egal jolo holter gott bin ich grad behindert doch mal einmal einen tag lang nicht am pc ja wir ähm der der erste return part ich komm grad nicht mit klar der erste return part ist ähm zwar schon oben aber noch aufgeplant ich glaube der kommt ich glaube der kommt sollte sogar während ich aufnehme hochkommen daher wir haben montag um neun ich bin seit knappen stunden äh halben stunden etwa daheim und ja darf wieder für euch aufnehmen damit ich morgen was zum hochladen hab fragt mich nicht wieso ich mir das echt antun so da oben ist noch eine das ist sehr schön für dich so da waren die haben wir schon aufgesammelt was ist da egal was es ist es ist nicht cool egal was du bist du bist nicht cool glaubst du mal es ist mir egal ob du swag hast den das ich nicht sehen konnte okay scheiße du hast es weg das ist mir egal da war noch eine Truhe und da vorne war dann irgendwo auch der Tempel so um den Tempel werden wir uns jetzt wieder kümmern ich habe gerade aber nicht wirklich lust mich ach egal habe ich jetzt keine Lust mich mit dem Tempel zu beschäftigen es wird noch genügend Sachen für euch geben die ihr selbst mal so entdecken könnt aber den Tempel den will ich echt machen erstens weil da hinten noch was ist aber darum kümmern uns erst später ich will jetzt erst mich um den Tempel hier kümmern und wie oft habe ich jetzt eigentlich schon Tempel gesagt ich bin geskillt ich kann Dinge so darüber so also da ist natürlich schätze mal ganz dumm wir müssen da rein ach fuck Andy kennst du du sollst liegen bleiben ach das mit den Faustschildern die ich jetzt schon hab macht mich grad echt verdammt glücklich so ich nehme an dass da wieder diese Treppplatte kommt und in der Zeit glaube ich auch mal mein Handy zusammen falls ich es denn finde nur da geht professionell Alter komm schon her Ladekabel sorry Leute aber das muss grad echt sein weil mein Handy ist fast tot ich werde mal ich werde mal sie und noch was seems not spring halt dann halt nicht gott so oben lauf okay da kommen wir schon mal nicht hin ach so so machen wir erstmal wieder ein paar Kreationen Krieger platz am besten ohne getroffen zu werden dann ach so langsam wird ähm was gibt's noch zu erzählen ja das ist viel was mir grad so einfällt ähm ähm ja eigentlich sollte ich jetzt gar nicht zocken einfach nur weil ich grad nicht mal mehr die Zeit dazu hab was ist ja hier ist halt echt nix ähm wollen die mich trollen wie mich das letzte mal da hoch gekommen ähm ich bin grad zu blöd um irgendwas bestimmtes zu finden habe ich so das gefühl ähm ach komm ganz ehrlich hab ich jetzt auch keine Lust mehr drauf dann zeig ich euch eben nicht alles ihr habt jetzt ein bisschen was aus diesem Tempel gesehen wenn ihr mehr wollt schade war's vielleicht irgendwann nochmal dass ich so okay da wären wir rausgekommen so dann klettern wir einfach mal hier hoch und rushen zum Händler und wo ist der nächste Händler was auch viel mit den Fährmannsmünzen zu tun hat hallo Händler hallo wooo seine grü'nste Heiter willkommen ich habe dich erwartet Wulken was lässt dich aus den Schatten herausreicht ich möchte meinen weibvollsten Kunden nicht verlieb Nicht an das, was am Rand der Schatten lauert. Hier bin ich also und biete meine Waren an. Was weißt du, was ich nicht weiß? Ich bin nicht zwei, weil ich hier ein Dämon bin. Ich bin nur der Spur der Vernichtung befreundet. Deine Klingen sind so scharf wie immer und trotzdem... Ich meine, hey, er ist doch echt vertrauenserweckend. Zwei, vier könnten wir uns sogar leisten. Nein. So, wir verkaufen jetzt erstmal jede schwere... Alles, was wir im Moment nicht brauchen können... So, können wir auch nicht brauchen... ...und das ein andermal. Bis dahin kannst du mir vielleicht... ...habe ich nur umgefallen. Im Mund der Torten... ...viele Seiten... Aber hey, wir sind nuttig, wir machen für jetzt alles. Darum werde ich versuchen, diese Seiten zu finden. Auch wenn ich jetzt schon, wenn überhaupt, nur eine einzige... ...ein vollständiges Kapitel führen kann. Und das nächste Mal, wenn es heißen wird, man speichert, werde ich mal schon wieder nicht aufnehmen... ...und dann höchstwahrscheinlich auch den Part abbrechen. Einfach nur, weil ich gerade wie lange Zeit noch lange Lust habe aufzunehmen. So, wir folgen standardmäßig diesen komischen Pfad hier. Oh nein, da oben waren wir schon. Gott, die Schatten sind halt mal überhaupt nicht verpixelt oder so. Nein. So, wir reiten auf unseren getreuen Pferden Jolly Jumper. Ne, warte. Das war was ganz anderes. Oh, es kommt ja Speicherteil. Also, ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, wenn es heißt... Yo, Leute, was geht's? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders 2 Returns. Nein, Spaß. Das Returns hat sich ja auch wieder abgebrochen. Ich verabschiede mich mit einem freundlichen... Nein, Spaß. Tschüss.